Die August-Highlights auf Gute-Laune-TV. Musiker machen Musik. Viele haben aber auch etwas zu sagen. Und wenn sie von richtig guten Moderatoren befragt werden, kommen richtig spannende Geschichten heraus. Im August sehen Sie Interviews von Florian Silbereisen, die Schurzenjäger, die Hollerstauden, Antonia aus Tirol, Vincent und Fernando, die Grubertaler, Stefan Zauner und Petra Manuela, die jungen Zillertaler, Let's Fetz, Gerlos Blurt, Melissa Naschenweng, Purple Schulz, Hansi Hinterseer, Marina Marx, die Draufgänger, Dennis Klack, Uli Schwinge, Uwe Busse und Peter Wackel. Alle Sendedaten finden Sie auf unserer Website www.gutelaunetv.de. Die Sendung Schlagerfreunde mit Julia Buchner geht in die nächste Runde. Diesmal vom Schlager-Open-Air auf dem Flumserberg in der Schweiz. Es geben sich die Ehre, Club 3. Roland Kaiser, Semino Rossi, die Münchner Freiheit, Nick P., die Amigos, Johnny Logan, Vox Club und viele mehr. Schlagerfreunde mit Julia Buchner am 22. August um 20 Uhr. Deutschland, deine Schlagerstars widmet sich im August 1000 Sasser Andi Borg. Hallo und Servus, ich bin Florian Silbereisen und ich, na was soll ich sagen? Der kann hervorragend mit Gute-Laune-TV-Moderator Benni Schnier. Beide spielen sich die Bälle nur so zu und sie profitieren von einer äußerst vergnüglichen Stunde Schlagergeschichte. Am 24. August um 20 Uhr. Die August-Highlights auf Gute-Laune-TV.